Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, oh mein Gott Alter, heute gibt es auf jeden Fall ein geisteskrankes Special Video, denn im heutigen Video werden wir auf jeden Fall Hyra überraschen. Hyra hat auf jeden Fall, wenn ihr dieses Video seht, gestern Geburtstag gehabt, also da wo ich das Video jetzt aufnehme, hat er heute Geburtstag und ich werde Hyra ein Geburtstagsgeschenk machen, Leute. Es wird auf jeden Fall ultra heftig, da ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo. Ihr wisst ja, Freunde, ich habe schon sehr, sehr viele Videos mit Hyra aufgenommen. Ihr seht jetzt hier mal ein paar eingeblendet auf jeden Fall. Ja, Hyra ist ultra korrekt und er war wirklich sogar mal in einem Opening Battle dabei, was ich mit ihm aufgenommen habe. Also ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne und er hat mir immer geholfen bei Videoaufnahmen und so weiter und deshalb dachte ich mir auf jeden Fall, ich möchte ihn zum Geburtstag überraschen, Leute. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf seinen YouTube-Kanal, denn ja, gerade ist er tatsächlich live am Streamen, Freunde. Ich schaue mal, ob ich ihn hier finde in der Liste. Genau, Freunde, hier sehen wir auf jeden Fall ihn in der Lobby, gerade Hyra und sie machen, glaube ich, gerade im Stream Minigames und wir sehen auf jeden Fall hier sein Profil. Ja, es ist Hyra, 70.000 Pokale, dreimal Master und so weiter. Er hat ein geisteskrankes Profil. Wir schauen uns das jetzt auf jeden Fall nochmal an. Auch schon den neuen Brawler Otis auf 1.000 gepusht. Den muss ich auf jeden Fall noch auf 1.000 pushen. Aber Leute, ja, mega heftig, ne? Ihr kennt alle Hyra, Leute. Und wir schauen jetzt in seinen Stream rein und werden ihm eine Challenge stellen. Und wenn er diese Challenge schafft, dann, ja, würde ich sagen, überraschen wir ihn einfach mal mit, ja, einem guten Geburtstagsgeschenk, Leute. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in seinen Stream rein. So, Freunde, wir sind hier auf dem YouTube-Kanal von Hyra. Er ist auch kurz vor 1.000.000 Abonnenten. Mega, mega heftig, Leute. Und wir sehen auf jeden Fall, er hat vor 8 Stunden hochgeladen. It's my birthday. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, Leute. Und gerade macht er einen Birthday-Stream. Also, ja, einen Geburtstags-Stream. Und da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein und werden ihm eine Challenge stellen. Und ja, ich weiß ja auch ungefähr, was so seine Lieblings-Brawler sind. Aber ich bin mal gespannt, was er gleich sagen wird, wenn wir auf jeden Fall reinkommen, Leute. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier dabei. Und er spielt gerade mit Onkel Mo Minigames. Wir schauen mal kurz rein. Okay, 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 nice, nice. You kill him, nice, nice. You kill him, okay. Okay, also er versucht gerade quasi die ganze Dynamics zu killen. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine Spenden-Nachricht ihm schon mal schreiben, Leute. Und zwar gehe ich jetzt mal auf seinen Stream drauf und werde mal eine Donation schicken, Leute. Die werdet ihr jetzt gleich eingeblendet sehen. Erstmal ganz wenig nur. Also wir werden jetzt einfach mal einen, ja, sagen wir mal, einen, ja, 10-Euro, ja, eine 10-Euro-Donation schicken. Und dort werden wir halt eben jetzt reinschreiben, Happy Birthday, Bro. Und jetzt werde ich ihm eine Challenge stellen. Und zwar werde ich ihm die Challenge stellen, dass er es schaffen muss, in einer Solo-Shotan-Runde mit irgendeinem Brawler Top 2 zu werden, okay? Also ich bin mal gespannt, ob er es schafft. Okay, Leute, ich würde sagen, wir senden jetzt die Donation. Ihr werdet sie jetzt hier gleich im Chat eingeblendet sehen von mir. Und einmal kaufen und senden. Und jetzt schauen wir mal, wie er reagieren wird, Leute. Dein Kauf war erfolgreich. Schauen wir jetzt einfach mal. Oha! Hier ist mal die Donation, Leute! 10-Euro-Donation von Lukas. Happy Birthday, Bro. Hier ist ein Challenge für dich. Du kriegst ein Birthday-Reward, wenn du 1. oder 2. Platz in der nächsten Solo-Shotan-Game bekommst. Happy Birthday, Bro. Hier ist ein Challenge für dich. Okay, Bro. Mo? Ja, ich bin hier. Ich habe ein Challenge von Lukas. Er sagt, wenn du 1. oder 2. Platz in der nächsten Solo-Shotan-Game bekommst, ich werde ein Birthday-Reward. Okay, wir gehen. Wir spectieren dich nach diesem Spiel. Okay, nach diesem Spiel. Oh mein Gott. Lukas, Bro, ich werde das 1. Platz für dich bekommen. Also, Leute, wir haben es gehört. Er wird es machen gleich. Okay, wir spektieren, Hira. Let's go. Welchen Drawler nimmt er, Leute? Nächster-Shotan-Game. Okay, was ist das für eine Map? Was ist das? Boah, was ist das für eine Map? Alter. So ist das? Die habe ich noch nie gespielt. Oh, er nimmt Karl. Ich habe es gerüst. Okay. 1. Platz, Bro. Ich habe dich. Also, er muss 1. oder 2. werden. Das ist eine krasse Challenge. Viel Druck jetzt auf Hira. Viel Druck. Leute, ich tippe, er schafft es. Er wird jetzt alles. 1. Platz, Chad. I get a birthday reward. 1. oder 2. 2. Platz ist gut, too. Ja. Also, er muss es schaffen. Er muss es schaffen. Oh, lol. Er geht direkt vor zu den zwei Kisten. Das war sehr smart. Oh, und jetzt holt er sich nochmal die dritte. Alter, er hat richtig guten Start schon mal gehabt. No teaming, you get out of here. LOL. We are not teaming. LOL. Wieso, er hat sie jetzt nicht killen lassen von ihm. Oha. Okay, Leute, wir schauen jetzt mal. Let's go. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. No, why did I play so aggressive? No, bro. Guys, I had it in the back. Okay, come on, er hat noch eine Chance. Wir schreiben ihm, er hat noch eine Chance, Leute, in den Chat. Bro, I'm sorry, man. Lukas. Okay, come, wir schreiben. I played aggressive for no reason. That was an easy win. Wir schreiben one more chance. Bro, the third sniped you. What? The third, it was a viewer from you. Yeah, bro. I swear, I had it so easy. I don't know why I played so aggressive. Okay, again? You make again this challenge? Yeah, one more chance. I have one more chance. Last chance, guys. Last chance. Oh mein Gott. Also, ich hab jetzt noch mal reingeschrieben. Alright, guys, no more stupid actions. Ich hab jetzt noch mal reingeschrieben. One more chance. Yeah, yeah, I know. One more chance, Bro, Lukas. Thanks a lot, Bro. One more chance. Okay, okay, wir schauen, wir schauen. Also, Leute, es geht noch mal los. Eine weitere Schoss. Okay, wir tun uns das an. Oh, ich bin sehr gespannt, Freunde. Oh mein Gott. Er muss, glaube ich, teamen. Er muss teamen. So, wir tun uns das an. Oha, wird er es schaffen, Leute, oder nicht? Wird er es schaffen. Okay. Oh, Alter, das Teaming hier. Er muss nicht spinnen. Er muss nicht spinnen. Okay, er will nicht teamen, ne? Sehr krass. Alter, Junge, diese Runde. Oh, er nimmt sich den Cube. Alter, jetzt hat er eine gute Position. Okay, I have six cubes. Das ist sehr gut. I can spinnen, if I want, but I'm not gonna team. Okay, also er wird nicht teamen, hat er gesagt. Aber er wird sich notfalls spinnen. Sieben brawn daneben noch, Leute. Ey, ich bin echt sehr gespannt, Mann. Oh mein Gott. Noch sechs, Leute. You got this, bro. Ich bin echt sehr gespannt, Leute. Ey, ihr seht schon... Mega verschwitztes Game hier. I have to be careful for this, Gil. No. No, bro. Bro, that shit counters me, man. No. Sorry, man. I felt ripped, guys. Oh nein, bro. But now I'm triggered, bro. I'm gonna play so aggressive now. Okay, wir gucken nochmal, Leute. Guys, I felt the challenge, unfortunately. Okay, wir warten nochmal kurz ab. Er nimmt jetzt Mortis. Okay, bro. Ey, Leute, er wird natürlich trotzdem ein Geschenk bekommen. Das weiß er nur noch nicht. Aber wir schauen jetzt erstmal zu, wie er mit Mortis spielt. Okay, vielleicht holt er ja jetzt nochmal Platz 1. Oh. Okay. Okay, Leute. Also, ihr seht jetzt hier meine Handyaufnahme. Ich spende das jetzt nämlich vom Handy. Und zwar werden wir ihm trotzdem... Also, ich hätte sonst 500 gemacht. Jetzt machen wir 400 Euro. Okay, Leute. Wir schreiben Happy Birthday, Bro. Und senden 400 Euro. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht's. Bestätigung. Kaufen. Okay, kaufen war erfolgreich, Leute. Die Donation kommt jetzt. Die Donation kommt jetzt. Okay. Ich mute mich. Ich mute mich jetzt in Discord. Oh mein Gott. Und respectate you, okay? Oh mein Gott, verkaufen Sie. Ich muss mit BB in einem Match machen. Yes. Okay. 400 Euro. Er ist echt getriggert, Leute. Er ist so getriggert. Oh mein Gott. Bro. Oh mein Gott. Ehre, Leute. Ehre, 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 Ehre. Über alle Herzen. Also, Freunde. Das soll's dann auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt's auf jeden Fall gefeiert. Hyra hat's auf jeden Fall verdient. Nochmal Happy Birthday, Bro. Alles Gute zum Geburtstag. Schreibt's alle in die Kommentare auf jeden Fall für ihn. Und schönes sagen. Leute, ich bin damit raus. Wir sehen uns. Und damit. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.